Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update. Bitcoin momentan bei 23.100 US-Dollar, wenig Veränderung, alles blickt auf die FED-Zinsentscheidung heute Abend. 0,25% sind eingepreist. Wir gehen natürlich live heute um 19.30 Uhr, Link werde ich später noch in die Telegram-Gruppen reinposten. Mal gucken, was sich bis dahin noch tut oder was sich heute Abend tun könnte. Das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall im heutigen Update an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinkommen, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich habe heute früh noch ein kleines Near-Update-Video hochgeladen. Also wenn euch das interessiert, auch gerne da vorbeigucken. Gut, und dann wie gesagt, momentan 23.100 US-Dollar, wenig Veränderung. Wir haben immer noch nicht unser kleines Golden Pocket hier bei den 23.400 US-Dollar erreicht. Habe ich ja vorhin schon in die Gruppe gepostet. Ja, alles blickt wie gesagt auf die Zinsentscheidung. Also 98% gehen davon aus, dass wir eine 0,25% Basis-Zinserhöhung einfach bekommen. Das ist in den Markt eingepreist. Für mich aber viel, viel wichtiger ist danach, wie ist die Rede dann auch von FED-Vorsitzenden Pohl. Ist die positiv, ist die negativ? Wir haben bisher eher negative Zahlen für uns gesehen, was den Arbeitsmarkt und sowas anbelangt. Und positive für die FED, dass, sage ich mal, die Zinsen weiterhin erhöht werden können, ohne dass es der Wirtschaft sonderlich was ausmacht. Und Bitcoin juckt es momentan zumindest auch nicht in dieser kleinen Seitwärtsbewegung. Wir blicken mal ganz kurz auf die kleinen Timeframes, auf den 1-Stunden-Chart. Wir konsolidieren hier schön zwischen 22.800 und 23.200 US-Dollar. Heute Nacht nochmal so ein kleiner Wig ohne wirklich signifikantes Volumen. Kein Close hier drüber. Das heißt für uns tiefere Hochs, aber dafür höhere Tiefs erst einmal. Das heißt so ein bisschen so Konsolidierungszeit in diesen kleinen, ich sage jetzt mal Ascending Triangle, wenn man das so ein bisschen nennen kann. Also man sieht hier, der Up-Trend ist auf jeden Fall noch gegeben und da könnte sich auch noch ein bisschen zuspitzen. Spricht natürlich eher dafür, dass wir hier ein bullisches Breakout zumindest nach oben hinkriegen. Wir schauen uns mal ganz kurz das Preisziel an, auch wenn ich kein Pattern-Freund bin einfach, aber meistens trifft es dann doch irgendwie ein. Wäre bei knapp 24.000 US-Dollar. Das ist auch so ein bisschen so die Zone, wo ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte, dass wir die heute Abend noch erreichen, so um 20 Uhr möglicherweise, dass wir hier wieder so eine große Liquidationskaskade kriegen, die uns sogar bis hier 24.600, 24.700 US-Dollar auf jeden Fall bringen könnte. Wir haben hier oben immer noch die meiste Ansammlung an Liquidität. Wir haben immer noch nicht unser Rising Wedge, was hier oben auch noch verläuft, noch nicht real getestet. Also da oben wartet schon eine Menge Liquidität auf uns. Das ist weiterhin so für mich das Primärszenario vom Aerosion, von allen drum und dran, dass wir hier einfach nochmal hochgehen, die Liquidität abholen, die sich hier oben seit Monaten, muss man ja schon wirklich sagen, angesammelt hat. Wir blicken mal ganz kurz auf den Traders-Reality-Indikator. Was hat sich da getan? Wir traden hier eigentlich im Endeffekt weiterhin in dieser Range. Auch kein sonderliches Breakout. Verwunderlich für einen Mittwoch, aber man muss auch dazu sagen, letzte Woche gleiches Spiel, kein wirklich signifikantes Breakout aus dieser Psy-Range. Das heißt, die gilt weiterhin wenig Veränderung. Dann werfen wir nochmal ganz kurz einen Blick auf den Daily-Time-Frame, wie es hier momentan aussieht. Sieht jetzt ein bisschen verwurschtelt aus durch die ganzen Linien. Aber da sehen wir auch, okay, wir hatten die letzten Tage jetzt kein signifikant höheres Hoch. Wir hatten aber auch kein tieferes Tief auf Daily-Close-Sicht gesehen. Das heißt, der Abtrend ist weiterhin intakt. Müssen wir uns darauf einstellen, dass weiterhin der Abtrend nach oben hin fortgesetzt ist. Für mich immer noch kein klares Short-Signal. Und wie gesagt, wir haben hier oben bei den 25.2 bzw. hier oben in dieser Range 24.5 bis 25.2 immer noch diese Daily-Supply-Zone, die meines Erachtens nach immer noch sehr, sehr viel Liquidität eben hier oben bereitstellt. Es ist einfach so dieses Ziel für heute Abend. So Liquidationskaskade bis hoch 24.4, 24.5 auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Und dann möglicherweise dieser Abverkauf in Richtung 18.000, 19.000 US-Dollar. Das ist immer noch so ein bisschen mein Primärszenario, dass wir eben nochmal diesen letzten Abverkauf kommen mit eben diesen höheren Tief, einfach um hier, sag ich mal, auch ein bisschen Liquidität in diesen Bereich reinzubringen. Kurs kann sich erholen. Bearish Divergence, die wir hier immer noch vorliegen haben auf dem Daily-Timeframe, könnte sich dann auch ausspielen. Und dann Abfahrt nach unten. Wir schauen mal so ein bisschen in die Vergangenheit nach, wie es da aussah. Also wir waren immer schon mal ein bisschen so ein paar Tage da drunter, aber immer zumindest mal hier diesen 70er-Bereich angetestet, bevor es dann nochmal nach oben hingeging. Also es ist schon möglich, dass wir heute zumindest kurzfristig einen kleineren Dump kriegen. Und dann, sag ich mal, aber trotzdem, das Ziel ist immer noch übergeordnet 29.000 bis 30.000 US-Dollar. Daran wird sich momentan zumindest nichts ändern von meiner Seite nach. Aber ich würde mich jetzt hier vor dem Fett-Zinsentscheid nicht long oder short positionieren. Das ist reinstes Gambeln. Die Chance für einen Dump ist deutlich höher als für einen weiteren Pump aufgrund Fett. Aber wie gesagt, das Risiko würde ich an eurer Stelle einfach nicht eingehen. Zumindest in der momentanen Situation nicht, weil wir zumindest in den kleineren Timefraps auf jeden Fall noch Aufwärtspotenzial bis 24.7 auf jeden Fall haben. Gut, dann rüberblick zu Ethereum. Auch hier wenig Veränderung momentan. Wir haben ja hier drüber gesprochen, dass dieser Downtrend erst einmal durchbrochen wurde. Jetzt auch wieder bestätigt. Auch hier ist der Abtrend im Gange übergeordnet. Abtrend. Kurzfristig war ja dieser Downtrend hier, wo wir drüber gesprochen haben. Und für mich auch weiterhin hier. Die Liquidität liegt deutlich weiter oben. Zumindest hier einmal dieses hoch. 1.660, 1.680 wäre aber für mich das Wunschszenario. Bearish Divergence ist immer noch nicht so wirklich ausgespielt auf den kleineren Timeframes. Und vor allem nicht auf den größeren Timeframes. Da haben wir zwar auch schon so einen kleinen Dump in Anführungszeichen gesehen. Trotzdem für mich die Liquiditätsansammlung ist hier oben immer noch in diesem Bereich. Könnte uns sogar kurzfristig bis 1.700 US-Dollar bringen. Um diese Ineffizienz hier oben auf dem Daily-Timeframe einfach nochmal zu schließen. Auch hier mal ganz kurz dieser blaue Strich rein. Das ist heute Abend das Ziel. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Dass es Kurz-Euphorie möglicherweise gibt, wenn die Zahlen bekannt geworden sind. Und dann, wenn Pole redet und keine bullischen News uns bringt. Beziehungsweise eher bearish in News bringt. Man muss da wirklich auf die Wortwahl achten, was er sagt. Dann könnt ihr hier wirklich die Korrektur einsetzen. Und dann aber hauptsächlich aufgrund Long-Liquidation. Das muss man natürlich auch beachten. Das heißt jetzt nicht, nur weil die News jetzt nicht das Besondere sind, dass wir aufgrund der News dumpen. Sondern ihr müsst auch mal überlegen, wir hatten einen Riesen-Pump aufgrund Short-Liquidationen. Und das gleiche kann natürlich nach unten mit Long-Liquidationen natürlich auch funktionieren. Weil wir auch hier in diesem Abtrend sehr, sehr viel Long-Positionen reinbekommen haben. Das sieht man hier unten am Volumen. Hier haben wir einen Volumen-Pike. Hier haben wir einen Volumen-Pike. Hier haben wir einen Volumen-Pike. Und die gibt es alle noch abzuholen. Und darauf hoffe ich weiterhin. Das heißt für mich weiterhin das Primär-Szenario immer noch runter Richtung mindestens 1430, wenn nicht sogar 1374 bis 1360. Das sind so die Zonen, die ich auf jeden Fall mal im Auge behalten würde. Und ja, das war es eigentlich so zum Chart. Wie gesagt, wir besprechen das alles heute Abend nochmal im Livestream um 19.30 Uhr. Also gerne dazukommen. Gehen wir noch ganz kurz zu den News. Wo haben wir sie? Hier. Laut Trunk-Gründer bereitet China ein Crypto-Comeback vor. Wir wissen ja, oder da kann ja jeder nachgucken, wo sind die Miner momentan aktiv. Und 20% der gesamten Mining-Hashrate sitzt immer noch in China. 20%? Ich will jetzt nicht lügen, guckt selber nach. Aber ich glaube 20% ist für mich immer noch kein richtiges Kryptoverbot. Also ganz ehrlich, China wird es wahrscheinlich noch 20.000 Mal in den nächsten Jahren immer wieder sagen, wir verbieten Krypto. Wir verbieten Krypto. Trotzdem sind es einer der größten Holdler. Muss man auch dazu sagen. Deswegen für mich nicht unwahrscheinlich, dass China früher oder später wieder in the game ist. Beziehungsweise da weiter vorankommt. Aber wie gesagt, einerseits gute News. Schauen wir mal, was die Zukunft einfach bringt. Ansonsten würde ich sagen, gerne Video-Like da lassen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Macht gerne die 3.000 Abos voll. Würde ich mich riesig darüber freuen, wenn das jetzt noch in den nächsten Tagen auf jeden Fall klappen würde. Wäre ein guter Start für den Februar. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns heute Abend um 19.30 Uhr. Boah, ich bin selber normalerweise 19.00 Uhr, aber heute 19.30 Uhr. Hoffen wir auf positive Zahlen. Schauen wir uns den ganzen Mist heute Abend mal an, was da fabriziert wird. Trotzdem, traden würde ich jetzt erst einmal die Finger von lassen. Und ja, gerne, wie gesagt, kostenlose Talk und News-Gruppe reinkommen. Wenn ihr Bock auf Signale oder sonstiges habt, Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, lassen wir uns überraschen. Auf heute Abend. Das war es von meiner Seite. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay Krypto.